Er hieß Dieter Malinek und er sagt, er wäre Journalist. Das war ein klasse Typ, der wusste immer gleich, was Sache ist. Der kannte das Bermuda-Dreieck, der kannte die halbe Welt. Ola und ich waren 16 und schon mal bis Bielefeld. Wo er kam, erfuhr wohl keiner von uns beiden. Eines Nachmittags war er eben einfach da. Ein Paradiesvogel fährt in unsere Breiten. Kam er zu uns ins Eiscafé Venezia. Er ging zur Jukebox und drückte die Taparone. Ola und ich starrten, zerzaubert zu ihm hin. Ola und ich aßen Erdbeernuss mit Zitrone. Und er bestellte Gin Tonic mit reichlich Gin. Er hieß Dieter Malinek und er sagt, er wäre Journalist. Das war ein klasse Typ, der wusste immer gleich, was Sache ist. Er hat einen roten Alfa Cabrio mit extra Licht. Er sprach uns an und ich glaube, ich stotterte kläglich. Und Ola sagte, er war ganz wech in den Knie. Wir sahen ihn öfter und bald trafen wir uns täglich. Und bald machten wir keinen Schritt mehr ohne ihn. Wir durften uns in seinem Glanz sonnen und weiden. Bei jedem Tanz, bei jedem Fest waren wir zu dritt. Anfangs nahmen Ola und ich ihn mit uns beiden. Später nahmen die beiden mich dann nur noch mit. Er hieß Dieter Malinek und er sagt, er wäre Journalist. Das war ein klasse Typ, der wusste immer gleich, was Sache ist. Der kannte Peter Alexander, Ernst Rosch und Halb Hollywood. Und ich den Sohn vom Bürgermeister und auch den noch nicht mal gut. Und er erzählte von den Inseln unter dem Winde, von Java und den Hofebenen von Peru. Von Mondfeldern zu Garur und China Rinde. Wir hörten ihn mit großen, blanken Augen zu. Und eines Morgens waren die zwei dann verschwunden. Ich war nicht einmal überrascht, ich ahnte es längst. Er hieß Dieter Malinek und er sagt, er wäre Journalist. Das war ein klasse Typ, der wusste immer gleich, was Sache ist. Der duftete aus jedem Knopfloch nach der großen, weiten Welt. Und ich nach Mittelmiss im Schüler mit drei Mark Taschen Geld. Nun, das war gestern vor beinahe 20 Jahren. Manchmal dachte ich an die zwei längst ohne Gräuel. Vom Bürgermeister hab ich neulich erst erfahren, dass sie ihn kamen, eine Kneipe haben soll. Und sie ist nicht in Valparaiso gewesen. Auf Java nicht und den Hochebenen von Peru. Ihre Inseln unter dem Winde sind ihr Tresen. Und die die Betrugten hören ihr mit Glas in Augen zu. Er hieß Dieter Malinek und er sagt, er wäre Journalist. Das war ein klasse Typ, der wusste immer gleich, was Sache ist. Der kannte das Bermuda-Dreieck, der kannte die ganze Welt. Und ich war damals gerade 16 und schon mal bis Bielefeld. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Vielen Dank.